ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ja wohl die Höhe. Denkst du, ich hör dich nicht? Denkst du, du kannst dir bis in die Nacht schön einen auf die Lampe gießen und dann leise in deinem Bett verschwinden? Wo kommst du um diese Zeit her? Jeden Abend das Gleiche. Aber Schatz, lass dir doch erklären. Deine Märchen kannst du dem Kühlschrank erzählen. Diese Rumtreiberei hat jetzt einfach einmal ein Ende. Ach, scheiß Kerl. Oh, klubblich. Schatz. Was? Das Licht. Klappmatik. Lichtschalter von Böger. Sie werden klatschen.